Hallo liebe Chemieinteressierte, herzlich willkommen zum Video Lewis-Formeln Teil 6. In diesem Video werden wir uns mit den Grenzen der Lewis-Formeln am Beispiel des Sauerstoffmoleküls befassen. Ihr solltet um dieses Video gut zu verstehen, die Videos Teil 1 bis 5 gesehen haben. Die typische Lewis-Schreibweise, Valenzstrich-Schreibweise geht zurück auf Gilbert-Newton-Lewis. Man verwendet, um elektronische Strukturen zu formulieren, als erstes die sogenannte Zwei-Elektronen-Regel. Eine weitere wichtige Regel ist, dass bestimmte Teilchen, die größer als Wasserstoff oder Helium sind, die Oktettregel erfüllen sollen. Und letztlich streben alle beteiligten Atome eine Edelgaskonfiguration an. Wichtiges Arbeitsinstrument ist das Periodensystem der Elemente, PSE. Wir schauen dort bei den Hauptgruppenelementen in den Hauptgruppen HG nach und können somit erfahren, über wie viel Außenelektronen AE ein Atom eines bestimmten Elementes verfügt. Nehmen wir als Beispiel das Methan-Molekül. Im Zentrum befindet sich das Kohlenstoffatom C. Es ist umgeben von vier Wasserstoffatomen H. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Probiere es am besten zu machen.